Hallo ihr Lieben, heute habe ich euch folgende Aufgabe zum schiefen Turm von Pisa mitgebracht. Berechne den Neigungswinkel Phi des schiefen Turms von Pisa und den Auslenkungswinkel Gamma an der Spitze. Phi und Gamma sehen wir hier rot eingezeichnet, die sollen wir herausfinden. Wir bekommen ein paar andere Winkel gegeben und auch wie lang dieses Stück hier ist und wie lang diese Seite hier ist. Dann gehen wir mal auf die Suche nach Phi und Gamma. Vielleicht kümmern wir uns erstmal um die Winkel, denn zum Beispiel können wir diesen Winkel hier direkt angeben, denn die liegen ja hier nebeneinander auf einer Geraden und damit sind es Nebenwinkel und sie müssen sich zusammen zu 180 Grad ergänzen. Wenn der hier 70 Grad ist, dann muss der hier automatisch 110 Grad groß sein, damit beide zusammen 180 Grad haben. Und damit haben wir hier in dem linken Dreieck zwei Winkel gegeben und dann können wir automatisch den dritten davon ausrechnen, denn in einem Dreieck müssen alle drei Winkel zusammen 180 Grad ergeben. 110 Grad plus 45 Grad, dann sind wir bei 155 Grad und bis 180 fehlen dann 25 Grad und damit haben wir hier schon mal ein bisschen was über unser Dreieck herausgefunden. Die anderen Winkel gehen nicht so einfach, aber es ist ja schon mal was, was wir bisher haben. Da fühlen wir uns schon mal ganz gut und bleiben vielleicht hier in diesem linken Dreieck. Es handelt sich hier leider nicht um ein rechtwinkliges Dreieck, also wir dürfen hier nicht den Satz des Pythagoras anwenden, wir dürfen hier nicht Sinus, Kosinus oder Tangens anwenden, aber es gibt den Sinussatz, der in jedem Dreieck gilt und auch den Kosinussatz. Und da müssen wir jetzt mal schauen, welcher von diesen beiden hier sinnvoll ist. Wir haben hier alle drei Winkel gegeben und eine Seite und dann könnten wir mit dem Sinussatz nämlich eine weitere Seite berechnen, denn in den Sinussatz kommt ein Winkel rein und die gegenüberliegende Seite und es kommt ein zweiter Winkel rein und die gegenüberliegende Seite. Von diesen vier Angaben, die ich hier gerade eingezeichnet habe, kennen wir drei Stück, das ist perfekt. Dann können wir die vierte Unbekannte nämlich einfach ausrechnen. Die Länge dieser Seite können wir nicht, die nennen wir einfach mal x, aber mit dem Sinussatz finden wir die jetzt heraus. Der Sinussatz sagt nämlich folgendes. Nimm den Sinus eines Winkels in deinem Dreieck, nehmen wir hier die 25 Grad und teile das durch die Länge der gegenüberliegenden Seite, was mit 34 hier gegeben ist. Und dann ist es genauso groß, wie wenn du den Sinus eines anderen Winkels in deinem Dreieck nimmst, also 45 Grad in unserem Fall, und das teilst durch die Länge der gegenüberliegenden Seite, die hier unbekannt ist und eben x heißt. Und damit haben wir eine Gleichung, in der nur x vorkommt und diese Gleichung können wir nach x auflösen und dann wissen wir, wie lang diese Seite hier ist. Machen wir das mal auf der nächsten Seite. Da hat sich unser x versteckt. Das muss aus dem Nenner raus, damit wir danach auflösen können. Deswegen multiplizieren wir direkt mal mit dem x. Dann steht auf der linken Seite dieser Bruch, der da schon vorher stand, aber habt keine Angst vor diesem Bruch. Das könnt ihr einfach an den Taschenrechner eintippen. Das sind ja alles einfach nur Zahlen. Ich will es nur nicht direkt ausrechnen, dass wir nicht so viele Rundungsfehler machen, aber habt eben keine Angst hier vor. Das ganze Ding wird einfach multipliziert mit x und auf der rechten Seite löst sich dadurch dieser Bruch auf und nur das, was im Zähler stand, bleibt auf der rechten Seite stehen. Dann haben wir hier unser x, also muss dieser Bruch hier jetzt noch verschwinden. Wir können durch diesen Bruch teilen oder eben mit dem Kehrwert davon multiplizieren. Also die 34 wandert nach oben, der Sinus von 25 Grad kommt in den Nenner rein. Dann steht auf der linken Seite nur noch, wie gewünscht, unser x und rechts haben wir das, was da vorher eben stand. Und das wird jetzt multipliziert mit diesem Bruch. Aber wie gesagt, das können wir alles einfach in den Taschenrechner eintippen. Und wenn ihr das macht, einfach die komplette Seite nehmen, eintippen, ausrechnen und auf zwei Nachkommastellen runden. Dann kommen wir auf einen Wert von 56,89 für unsere fehlende Seite, was ich hier jetzt schon eingetragen habe. Okay, dann wissen wir schon ein bisschen mehr über unser Dreieck und können uns jetzt vielleicht um das mittlere Dreieck hier kümmern. Denn da kennen wir jetzt was. Einen Winkel und die gegenüberliegende Seite. Ihr merkt, worauf es hinausläuft. Wir kennen eine Seite, die wir gerade berechnet haben, aber den gegenüberliegenden Winkel nicht. Na ja, Sinussatz hilft uns dabei, diesen Winkel dann zu finden. Denn der Sinussatz sagt, nimm den Sinus eines Winkels in deinem Dreieck. Nehmen wir mal unser Vieh, was wir herausfinden wollen. Und teile das durch die Länge der gegenüberliegenden Seite. Haben wir gerade berechnet mit 56,89. Und dann ist es genauso groß wie der Sinus eines anderen Winkels in deinem Dreieck. Haben wir 70 Grad drin und teile das durch die Länge der gegenüberliegenden Seite, die hier mit 56 gegeben ist. Und damit haben wir hier jetzt eine weitere Gleichung, in der nur Vieh unbekannt ist. Na, dann können wir unser Vieh doch einfach ausrechnen, indem wir diese Gleichung hier nach Vieh umstellen. Dabei stört uns hier diese Zahl im Nenner. Die kriegen wir aber weg, indem wir einfach mit dieser Zahl multiplizieren. Also steht nur noch der Sinus von unserem gewünschten Vieh auf der linken Seite. Rechts schreiben wir diesen Bruch einmal ab, so wie er da stand. Und teilen das ganze Ding durch 56. Aber nicht vergessen, dass wir es noch mit dieser Zahl multiplizieren müssen. Jetzt, wir wollen diese Gleichung nach Vieh umstellen. Wie kriegen wir das hin? Der Sinus stört uns hier. Macht gar nichts. Wenden wir einfach den Akkus Sinus an oder Sinus hoch minus 1, also die Umkehrfunktion des Sinus. Und das legt dann unseren Winkel frei. Also Sinus hoch minus 1 löst den Sinus auf und dann steht da nur noch Vieh da. Und ihr tippt in euren Taschenrechner, probiert es mal, Sinus hoch minus 1 von diesem ganzen Ding hier ein. Also schön eine Klammer drumherum und dann kommt, ich ziehe das mal gerade hier so runter, dass man das eben berechnen muss. Sinus hoch minus 1 hiervon. Und dann erhalten wir für Vieh aus unserem Taschenrechner einen Wert von 72,67 Grad. Wir schnaufen kurz durch, nehmen den Wert und gucken, ob der in unserem Anwendungsbeispiel Sinn ergibt. 72,67 Grad für diesen Winkel hier. Macht das Sinn? Wie groß ist dieser Winkel denn so ungefähr? Wenn ihr von einer Wand was wegkippt, das wäre, wenn der Turm gerade gestanden hätte, dann hätten wir einen 90 Grad Winkel. Und wenn der jetzt wegkippt, wird der Winkel ja nur größer. Das heißt, unser Vieh muss größer als 90 Grad sein. Das sieht nicht gut aus für den Wert, den wir da bekommen haben in unserer Gleichung. Was ist da passiert? Wo ist da was verloren gegangen? Gehen wir zurück zu unserer Gleichung. Hier haben wir unsere Berechnung gemacht. Hier haben wir den Sinus hoch minus 1 angewendet und haben diesen Winkel hier rausbekommen. Das ist aber nicht der einzige Winkel, für den Sinus von diesem Winkel diesen Wert hier hat. Das hier ist nur ein möglicher Winkel von vielen weiteren. Einen zweiten können wir ausrechnen, indem wir 180 Grad minus unseren erstgefundenen Winkel rechnen, also minus die 72,67 Grad. Das gilt immer so, wenn man den Sinus verwendet und wenn der erste Winkel, den man gefunden hat, zwischen 0 und 180 Grad liegt. Dann findet man den zweiten Winkel, eben mit dieser Berechnung. Und wenn wir den mal ausrechnen, kommen wir auf einen Wert von 107,33 Grad. Und das sieht doch schon besser aus für unser Beispiel hier, für unseren Turm, der gekippt ist. Der ist nämlich größer als 90 Grad. Und zwischen 0 und 180 Grad gibt es keine weiteren Winkel. Also das sind jetzt die zwei einzigen, die für unser Beispiel Sinn ergeben. Es gibt noch größere Winkel, aber das wäre dann ja irgendwie so ein Winkel und dann würde unser Turm irgendwie im Boden stecken. Also das macht jetzt für unser Beispiel keinen Sinn, weitere Winkel zu suchen. Aber ja, damit haben wir den gefunden. Und damit können wir auch diesen Winkel hier ausrechnen, denn die liegen ja schon wieder nebeneinander und müssen zusammen 180 Grad ergeben. 107,33 bis zu 180 sind es 72,67 Grad. Damit können wir Gamma jetzt berechnen, denn wir haben 90 Grad, wir haben das da und bis zu 180 Grad, damit eben in einem Dreieck alle drei Winkel zusammen 180 Grad ergeben, muss unser Gamma einen Wert von 17,33 Grad haben. Und damit haben wir die Aufgabe gelöst. Ich bin gespannt, wie ihr vorgegangen seid. Schreibt eure Lösungsmittel gerne in die Kommentare rein. Ansonsten habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!